Das ist das hardestste Ding in der Welt, um jeden Tag aufzunehmen und 100% aufzunehmen und in der gleichen Position, wie du warst, jeden Tag, aber mentalerweise wissen, dass du versuchen und versuchen und versuchen. Das ist ein realer Gründer. Also diese Aussage von Kevin Hart spüre ich zu 100%. Ich weiß, wie es ist, dass man jeden Tag aufsteht, jeden Tag versucht, sein Bestes zu geben und gefühlt gar keinen Fortschritt hat. Und im heutigen Podcast möchte ich genau darüber sprechen, wie wichtig es eigentlich ist, Disziplin und Konsistenz aufzubauen, damit man seinen Zielen ein Stück näher kommt. Wir alle wollen in dem, was wir machen, erfolgreich sein. Wir alle wollen happy sein im Leben. Und manchmal sehen wir dann so Ratgeber, die einem dann sagen, hey, du musst jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, du musst joggen gehen, kalt duschen, ausgiebig frühstücken, du musst meditieren, journaling und so weiter und so fort, damit du deinen Zielen näher kommst, damit du erfolgreich bist, damit du happy bist. Ich muss zugeben, vor ein paar Jahren hatte ich das mal auch ausprobiert. Ich war allgemein ein bisschen unzufrieden mit meiner Situation. Ich hatte ein paar Kilos zu viel, war nicht so ganz happy, dass ich nicht vorankomme mit meiner Karriere. Hatte mir dann so eine Art radikale Änderung vorgenommen in allen Bereichen sozusagen meines Lebens. Es hat mir dann vorgenommen, okay, ab morgen, ich stehe morgens früh auf, ernähre mich anders, mache anders Sport, bin beim Journaling, bin am Meditieren und vielen anderen Themen. Und dreimal dürft ihr natürlich raten, was passiert ist. Ich war erschöpft sozusagen, erschlagen von den ganzen Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, sodass ich nach wenigen Tagen, glaube ich, war das schon, aufgehört habe. So ein bisschen wie, die meisten kennen das vielleicht am ersten Neujahrstag, man nimmt sich super viele Sachen für das neue Jahr vor, macht es ein paar Tage lang und danach merkt man, ah nee, ist doch ein bisschen zu anstrengend. Wie ist das nun zu lösen? Dass wir es schaffen, trotzdem in irgendeiner Form unseren Zielen näher zu kommen, dass wir es schaffen, diszipliniert zu sein, konsistent zu sein, denn wir alle wissen, wir müssen ja diese einzelnen Schritte machen, um dahin zu kommen. Und ich habe hier eine interessante Analogie, das ist auch eine Art und Weise, wie ich für mich Gewohnheiten gefunden habe, die ich jeden Tag mache, damit ich meinen Zielen näher komme. Die Analogie geht wie folgt, ihr kennt ja so Gewölbekeller. Die Decken sind dann so, dass sie so einen leichten Bogen haben und typischerweise sind ganz viele Steine aneinandergereiht, das sind meistens so alte Gewölbekeller. Ich glaube, in der Neuzeit wird sowas eher nicht gemacht, aber in damaligen Zeiten sind die Steine aneinandergereiht, bilden einen Bogen, man baut die auch auf. Die sind auch erstmal nicht selbsttragend und zwar so lange, bis man den Schlussstein sozusagen in die Mitte einsetzt und erst dann ist das gesamte Konstrukt selbsttragend. Was ich super interessant finde, ist, man paart hunderte, tausende Steine aneinander an, aber es kommt wirklich auf den letzten Stein an, den man dann reinschieben muss in die Mitte und dann ist das Konstrukt erst selbsttragend. So ungefähr habe ich mir überlegt, baue ich meine persönlichen Gewohnheiten auf. Ich habe aufgegeben zu sagen, ich mache jetzt morgens gleich meine 10, 15 Dinge, die mir wichtig sind, sondern ich fokussiere mich auf eine Sache, die für mich unabdingbar ist und diese eine Sache mache ich dafür jeden Tag. Das ist für jede Person wahrscheinlich irgendetwas anderes. Ich sage auch gleich, für was es mich ist. Ich hatte in diesem Kontext mal ein Video gesehen gehabt auf Social Media vor einiger Zeit. Das ist da wirklich sehr verbreitet gewesen. Da ging es darum, dass ein Navy SEAL gesagt hat, wie er seinen Tag startet und zwar zuallererst macht er sein Bett. Bevor er irgendetwas anderes macht, er macht zuerst sein Bett, schüttelt es aus, macht die Decke fein, macht Kopfkissen richtig an Ordnungsstelle und so startet er den Tag. Und er weiß, er hat seine erste und wichtigste Aufgabe erledigt und somit kann er den Tag starten mit einem ganz großen Win, mit einem ganz großen Gewinn auf seiner Liste. So ungefähr habe ich es mir auch für meine ausgewählte Gewohnheit vorgenommen. Ich starte jeden Tag mit Sport. Ich nehme mir jeden Tag vor, Sport zu machen. Mal sind es intensivere Einheiten, mal auch nicht so intensive Einheiten. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie ich mich fühle. Ich muss auch zugeben, natürlich kommt es auch vor, dass ich mal keine Sporteinheit mache, weil ich dann sage, heute fühle ich mich krank oder was auch immer. Aber für mich persönlich ist das der Unterschied, wenn ich fokussiert eine Sache jeden Tag tue, den ersten Win sozusagen auf meiner Liste abhake, energiegeladen in den Tag gehe, weiß ich ganz genau, ich habe einen freien Kopf jetzt, mich um meine Aufgaben zu kümmern. Und wie gesagt, ich denke, für viele Menschen gibt es unterschiedliche Schlusssteine, die sie da setzen wollen, setzen können. Für mich ist es Sport. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich jeden Tag zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, ist, dass man jeden Tag meditiert. Zehn Minuten. Das ist das Ziel, was man sich vornimmt. Der andere wird zum Beispiel sagen, jeden Morgen will er zehn Minuten zum Beispiel auf dem Laufband laufen. Was auch immer das ist, ich denke, es ist extrem wichtig, dass man genau eine Sache nimmt und die aber konsistent über längeren Zeitraum hinweg einfach durchführt. Ich denke nämlich, die Aufgaben, die Herausforderungen, die man im Leben hat, die sind ja super unterschiedlich. Manchmal sind die Aufgaben, die man im Job hat oder als Unternehmer oder wo immer man sich auch gerade befindet, man kann ja teilweise gar nicht abschätzen, was für eine Aufgabe mich heute erwartet. Und ich denke, es ist wichtig, irgendwo eine Konstante zu haben, irgendwo auch Disziplin geübt zu haben, dass man ganz genau weiß, egal was für Aufgaben jetzt kommen, ich habe jetzt in meinem Kopf die Freiheit sozusagen, weil ich eine wichtige Sache abgeakt habe, mich jetzt auf das zu fokussieren, was vor mir gerade ist. Ich bin mir auch in diesem Kontext sehr sicher, dass wenn man es schafft, jeden Tag ein klein bisschen Progress zu machen, dass das viel besser und effektiver ist, als zum Beispiel kurzfristige Sprints in irgendeiner Sache zu machen. Zum Beispiel, ich habe da von einem UFC-Fighter mal gehört, der gesagt hatte, ich interessiere mich tatsächlich sehr für das Thema UFC, hat auch in diesem Kontext vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, ein Interview mit dem Dennis Siever, das war der erste deutsche MMA-Fighter, der in der UFC kämpfen durfte. Super interessanter Mann, gerne mal reinhören. Ich verlinke das am besten auch nochmal in den Kommentaren. Aber da wurde untersucht, warum Fighter aus eher östlicheren Staaten, Dagestan und so weiter, momentan so viel erfolgreicher sind, als die klassischen westlichen Fighter, also gerade in den USA. Und das Interessante war, die Aussage dahinter war, dass in den USA oder in westlichen Staaten häufig intensiv, drei, vier Mal die Woche super krass und super intensiv trainiert wird. Das bedeutet, man bringt sich regelrecht um im Training, übertreibt es wirklich maßlos, sodass man am nächsten Tag eine Art Rest Day braucht oder einsetzen muss, damit man auch toll regenerieren kann. Aber in diesen eher östlicheren Staaten ist es so, dass die jeden Tag trainieren, drei, vier Stunden sogar, aber dafür mit einer geringeren Intensität. Im Vergleich bedeutet das, wenn jemand beispielsweise ein Jahr lang hat, 52 Wochen, wenn er jede Woche drei, vier Mal trainiert versus in den östlicheren Staaten beispielsweise 52 Mal sieben Tage die Woche trainiert. Natürlich ist der Progress bei den Menschen höher, die ein viel größeres Volumen dahinter haben, als die, die vielleicht kurzfristig mal intensive und krasse Sprints machen, dafür aber insgesamt ein geringeres Volumen haben. Das sage ich mir auch immer wieder selbst. Das mag vielleicht überhaupt nicht irgendwie im Kopf zusammenführbar sein. Okay, was hat jetzt 45 Minuten Sport oder eine Stunde Sport am Tag damit zu tun, ob ich jetzt meinen Zielen oder meinen Wünschen, meinen Träumen näher komme? Ich denke, es hat eine ganze Menge damit zu tun. Denn wenn ich ganz genau weiß, ich fühle mich energiegeladen, wenn ich diese eine Aufgabe mache, für andere Menschen mag das beispielsweise Meditieren sein oder morgens direkt ausgiebiges Frühstück, was auch immer das ist. Wenn ich diese eine Sache mache, wenn ich mich danach energiegeladen fühle, meinen Disziplin- und Konsistenzmuskeln sozusagen damit trainiert habe, weil ich dann ganz genau weiß, egal was für Aufgaben kommen, ich habe ja schon was Gutes abgehakt, also kann ich mich jetzt auch auf die vorliegende Aufgabe konzentrieren, dass ich genau damit langfristig an meine Ziele komme, meine Träume erfüllen kann bzw. umsetzen kann. Und wie gesagt, ganz wichtig, ich will nicht nur auf das Thema Sport hinausgehen, sondern es kann alles Mögliche sein. Ich habe mal von einem Unternehmer gelesen gehabt, der beispielsweise seine Art, seinen Gehirnmuskel sozusagen trainiert, indem er jeden Tag fünf Geschäftsideen aufschreibt. Jeden Tag wirklich sich als Pflicht das vornimmt, bevor ich den Tag starte, schreibe ich mir fünf Geschäftsideen auf. Interessanterweise, wenn er das quasi ein Jahr lang macht, dann liegt er bei knapp 365 mal fünf, also grob 2000 Geschäftsideen im Jahr. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich auf 100 sozusagen kommen würde, aber diese Person hat anscheinend, weil er seinen Muskel so in diese Richtung trainiert hat, die Möglichkeit, überhaupt auf 2000 Geschäftsideen zu kommen. Und sowas fasziniert mich auch, ehrlich gesagt. Und ich bin mir sicher, egal was man sich vornimmt und der erste Schritt ist ja tatsächlich auch, sich konkret auf eine Sache zu fokussieren, auf eine Sache jetzt bzw. eine Sache auszuwählen, die man umsetzen möchte. Ich weiß ja, dass wir in der heutigen Zeit das größte Problem, was wir aus meiner Sicht haben oder einer der größten Probleme ist, dass es extrem schwierig ist, sich auf eine Sache zu fokussieren. Das meine ich in dem Sinne, dass wir so viele Möglichkeiten, so viele Opportunities haben, dass wir gar nicht wissen, was wir machen sollen, weil es irgendwie so viele Optionen gibt. Ah, ich könnte auch das machen, ich könnte auch das machen und am besten alles gleichzeitig auch versuchen zu machen, dass wir es dann verpassen, überhaupt irgendetwas gut zu machen, irgendetwas überhaupt nennenswert voranzubringen. Ich denke, das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung in unserer Zeit, weil einfach alles uns irgendwie ablenken möchte. Der Computer möchte uns ablenken, Podcast möchte uns ablenken, Bücher möchten uns ablenken, Nachrichten möchten uns ablenken. Und das Schwierigste ist in der heutigen Zeit aus meiner Sicht, sich auf eine Sache zu fokussieren und das ist auch gleichzeitig der erste Schritt. Eine Sache auswählen, dass ich jeden Tag machen möchte, wo ich meine Disziplin jeden Tag üben kann, meine Konsistenz jeden Tag üben kann und genau dann das durchziehen. Ich bin mir 100% sicher, wenn man das über einen längeren Zeitraum hinweg macht, dass alle anderen Bereiche im Leben davon profitieren. So Leute, die heutige Podcast-Folge ist all denjenigen gewidmet, die vor der Herausforderung stehen, dass sie jeden Tag versuchen, irgendwie ihren Zielen näher zu kommen, aber nicht so recht wissen, ob sie überhaupt vorankommen oder nicht und auch irgendwie ihre Disziplin so gerade nicht unter Kontrolle haben. Meine Empfehlung ist, sucht euch eine Sache aus, die ihr jeden Tag machen wollt. Glaubt mir, nach vielen Tagen, wo man das geübt hat, kommt man in einen anderen Lebensbereichen auch voran. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020